Hallo Freunde, willkommen zurück. Heute die Auflösung vom Giveaway, natürlich wieder verspätet wie immer. Kennt ihr ja mittlerweile schon, aber ich hab irgendwie nie Zeit. Verdammte Scheiße. Ja, okay, also das hier ist, äh, ach, das ist ja ein Pack-Opening. Leck mich fett, ey, das ist ja gar nicht das Richtige. So, jetzt müssen wir hier schön die Bugs wegklicken. Giveaway, giveaway, giveaway. Da ist es. So, Alter, das geht mir mal ein bisschen auf den Sack hier jetzt, ne? Ja, ähm, schwubbeliwubbeliwupp. Das kopieren wir mal schnell. Ich hab's eigentlich auch schon reinkopiert, aber sicher ist sicher. So, jetzt haben wir es richtig drin. Dann haben wir zwei Gewinner. Es gibt je zweimal 10.000 Coins. Und es gibt nur einen Kommentar pro User. Es gibt keiner gebannt. Alles toll. Und wir gucken, wer gewonnen hat. Gewonnen hat. Zack. Äh, Raikandrog hat gewonnen und der Mann mit den Ixen. Ähm, wer auch immer. Jungs, schreibt mich an. Meine E-Mail-Adresse, beziehungsweise mein YouTube-Adresse ist hier bekannt. Und dann werden wir die Coins transferieren. Wie immer, für PS3 und Xbox das Ganze. Sagt mir dann Bescheid, für welche Konsole ihr es haben wollt. Und das nächste, welche... und das nächste Giveaway kommt bestimmt. Macht's gut, Freunde. Bis bald. Bis bald.